Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir spielen DVD. Wir sind Yui. Yui konnte sich nicht so ganz entscheiden, ob ihr warm oder kalt ist. Was ist mit dir? Wir haben einfach eine kurze Hose an. Ja, toll. Wir haben ernsthaft den Oni. Yui ist ja mit dem Oni gemeinsam im Chapter erschienen. Guckt euch die Fingernägel von Yui an. Ja, also sie trägt Sandalen. Aber eine Jacke. Uff. Eine ansteckende Angst dabei. Hey, auf der Map waren wir doch erst mit Jane letztens. Ich habe immer das Gefühl, ich kriege aktuell nur drei Maps. Und zwischen diesen drei Maps wechselt sich das Spiel durch. Weil jetzt auch der Keller in der Shake ist. Diese kommt nicht in den Keller. Abgefarmt. Aber wir haben keine Ruinen. Konnten wir erst testen, als wir... Ähm... Entschuldigung? Blödi? Was wird das? Als wir mit Sarina am Jen getanzt haben. Habe ich ja den Generator losgelassen. Wir hatten keine Ruinen. Wenn sie einen Strike hatte, war er wohl abgelaufen. Genau wie gerade in der Runde mit Jane. Eine lässt sich sterben. Und macht es uns anderen schwer. Ich weiß nicht wieso. Ich muss sagen, die letzten Tage, als ich immer so ein bisschen aufgenommen habe, hatte ich nicht so... So komische Mates. Wir haben sich nicht einfach sterben lassen die ganze Zeit. Heute, die Aufnahme-Session, ist ätzend. Wenn sie jetzt auch noch disconnected, dann war es das mit der Runde. Let's doch geht's! Tschüüüüß! Gott, warum bin ich immer mitten im Geschehen? Warum ist hier kein Generator? Hier ist er. Ich habe ein Talent, diese Runde immer da zu stehen, wo der Killer irgendwie in die Jagd. Sarina rennt dort hinten rum. Ich weiß aber nicht, ob er sie jetzt verfolgt, weil sie Blut verliert. Geh mal zu Kate. Sicher? Okay. Der Uni hat einen Lauf. Wir kommen halt nicht mehr dazu, Generatoren zu machen. Man merkt direkt, wenn ein Maid fehlt. Er geht Richtung Harkn zurück. Oh man! Oh man! ein Sanitäter oder was? Ah! Kann Sarina jetzt retten gehen? Andererseits muss eigentlich... Sie geht. Eigentlich hätte ich retten müssen, weil ich... hing doch nicht. Ja. Cool. Auslass-Skill-Check. Sarina ist doch Richtung Haken gefahren. Sarina hat den Uni am Arsch. War sie tot oder hat sie jetzt am Ende losgelassen? Ich habe nicht auf den Balken geguckt. Die haben übrigens den Balken im letzten Update auch ein bisschen gefixt. Warum? Die letzten Runden. Immer wieder Luken-Game. Im. Oh, my God. Mist. Er hat's gesehen. Ja, gut. Ich hätte nicht rennen sollen. Ich hätte vielleicht einfach um die Ecke laufen und mich da hinhocken sollen. Dann hätte es vielleicht funktioniert. Aber so natürlich nicht. Mist. Ich hab's selber ein bisschen vermasselt. Ich hab auch nicht so viel geredet, diese Runde. Hat er mich deshalb immer so ein bisschen in Ruhe gelassen? Weil Yui Kimura ist ja... Oder war das Zufall? Guckt euch mal die Punkte an. Gute Verblüffen. Ansteckende Angst wussten wir. Wir haben aufgeschrien am Anfang, als er wen umgeklatscht hat. Gut. Schade. Es kann ja nicht immer funktionieren mit der Luke. Und wie gesagt, hier so ein bisschen eigene Blödheit war schon dabei, weil ich gerannt bin. Ähm. Gut. Aber wir haben ja hier nichts zu verlieren gehabt, weil es war keine Adapt Challenge. Von daher... Alles cool. Man kann auch nicht immer rauskommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Dead by Daylight gerne wieder. Da müssten wir wohl Killer spielen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm. Bleibt gesund. Habt noch einen schönen Resttag, Abend, Morgen, wie auch immer. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.